hier sind wir im magic live jakantara angekommen hier zeige ich euch ein familienzimmer super schön gemacht mit mehrblick mit separaten türen die kann man zu machen das ist ganz ganz toll begebbare dusche das ist auch was schönes und man kann schon direkt raus ans mehr schauen es ist ganz toll eingerichtet ich bin der hubert ich wünsche euch viel spaß und wenn es euch gefällt unten auf gefällt weg klicken und ich zeige euch dann weitere videos kommen jede menge noch hinterher wer meine videos kennt der folgt mir immer und könnte viel spaß mit haben ich zeige euch die ganze anlage bis dann ciao die toilette ist auch separat ab mit dem ein großer kleiderschrank haben wir hier fernseh schönen balkon hier ist die komplette anlage und hier im bett